Ich möchte sie hier auch feiern, denn sie hat März um und Sonntag mal organisiert mit zwei, drei anderen netten Liedsorten. Und sie hat sich bereit erklärt, Chor zu singen. Sie hat Erfahrung als Kampfgeberin und jetzt sind wir ganz gespannt. Im Märzen der Bauer den Trecker anspannt, er spritzt sonnenweiß Glyphosat auf das Land. Kein Regenburg lebt, kein Fett, der tut groß aus, nur sagt von Monsanto mit jenen Held aus. April ist der Bauer die Felder schön dünn, er spritzt reichlich Gülle, das Land für Land stinkt. Dazu Ammonium, Ammonium und Grat, ganz dick und massiv fallen, bevor wächst die Saat. Im Mai der Bauer, das Kaffee einsprüht, besonders gut wird, wenn der Rapskort geflüht. Es sterben die Bienen, so krank wird das Vieh, doch die Achtchen von Weider, die steigen wie nie. Im Juni der Bauer mit Ammonium trast, dann sieht es mit Süden, der Acht auch vergast. Kein Grütlein, der Finger die Lunge verächt, die Tröten am Boden gleich werden versetzt. Das Kaffee einsprüht, das Kaffee einsprüht, damit ihm kein Käfer ein Körnchen stiegelt. Von Jahr zu Jahr, der Kaffee einsprüht, das Kaffee einsprüht, doch sind die Insekten, wenn's immunisiert. Im Herzen der Bauern, die Ernte verlaut, die Kaffee einsprüht, der Lebensanschloss. Der Herr von Monsanto verspricht nicht mehr viel, ein Fahrt, wenn's mal gibt's noch, dann sind sie am Ziel. Im Wind war der Bauer durch Stadt vor ein Pferd, damit die Familie gesund sich ernährt. Er schaut auf den Marke, sich auf der Klappung, auf Bio-Gemüse, er weiß schon warum.